Es muss nicht immer Rotterdam sein. Murdaik, zwischen Rotterdam und Antwerpen gelegen, ist ein stauarmes Sprungbrett etwa für den Benelux-Vertrieb. Davon ist man bei Hartog Transport überzeugt. Hartog Transport bedient Frankreich und die Benelux-Staaten, jeweils ungefähr zur Hälfte. Das sind alles Sammelgutladungen. Wir bieten das Komplettpaket mit Einklarieren, eventuell den Transport der Container zum Lagerplatz, Palettieren, Kommissionierung, Etikettieren, Umverpacken und den Weitertransport in alle Länder. Wir haben ein Gelände von 78.000 Quadratmetern, von denen 35.000 Quadratmeter bebaut sind und liegen nur 30 Kilometer entfernt von Rotterdam. Wir kümmern uns um Container und Sammelgut. Und wir können für deutsche Spediteure auch Komplettladungen zusammenstellen, die sie dann bei uns selbst abholen. Das können Zwischenhändler und Transportunternehmen sein, die Güter in die Niederlande oder nach Deutschland bringen wollen. Ganz verschieden. Das kann sehr divers sein.